kommt jetzt schon tief ja ganz doll wir verfolgen ihr signal die startsequenz ist eingeleitet kommen sie zum trocken ich nenne das paket persönlich entgegen wir kommen sind der countdown lässt sich nicht abbrechen verstanden wir müssen zum trockendock höchste priorität seniore arschus wir haben uns lange nicht mehr gesehen bleibt aber stehen damit ich dir ein laser ins gesicht drücken kann du leute stupat du 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 okay arschus hat zu viel schild denn machen wir uns doch mal um die ranger kümmern da sind das unten zu viel los die frames mögen das nicht jetzt geht's fuck mist So sollte das natürlich nicht laufen Na gut, wir kümmern uns erstmal um die Schakale Es sind viel zu viele davon Hoffentlich kommt nicht Arschfuß zu nah Okay, das funktioniert so No, Mist Hey, warum hast du nicht den Kopf getroffen? Hm? Feuerschut Hey! Da lebt noch Was zur Hölle machst du da? Das bringt mal sowas von überhaupt gar nichts Also das bringt weniger als nichts, was du da tust Okay, das hat noch geklappt Das ist ja wunderbar Mist Komm wieder hervor, du Arsch Mist, die da oben hätte ich schon gerne Ja, die haben mich hier Dings, die haben beschissene Erschütterungsdinger Durch die kleine Lücke da Da hinten ist Arschfuß Scheiße, zu viele Eliten Okay Okay Deine Drecksau will wegrennen Wo sind die? Hinter dem Truck So Wir haben nochmal einen Schakal getötet Und Ah, das war eine doofe Idee Ah, alle Das hat gar nichts gebracht Konnte einen Schakal aus seiner Deckung blocken Das war es aber auch schon So Plasma-Wumme Plasma-Wumme Erstmal laden wir hier auf Wo haben wir Plasma-Pistolen noch? Hier liegt keine Plasma-Pistole mehr rum Hallo? Hinter Echt nicht Auch oben nicht mehr Oh komm, ich brauche eine Plasma-Pistole Ah, ist ja schon Moment 89 Ja, du bist in Position Finde ich gut Finde ich sehr gut Bleib da Okay Arschfuß Es wird Zeit Irgendwann sterben wir alle mal Ey, ich kann Boah, unsichtbare Wand Scheiße Geht auch so Dein Schild weg Scheiße Mach es platt Du hast eine Schrotflinte Geht irgendwo anders hin Nicht zu mir Such dir deine eigene Deckung Scheiße Das Ding sitzt fest Oh, da habe ich Arschfuß Danke an den Marine da unten Der gute Dings war Wie es aussieht Hat der gerade eine Granate Gegen mich geschossen Der hat auf eine Granate Gesch- Oh, da ist ja noch einer Emil Du bist zu gar nichts zu gebrauchen Danke Dass du Dich Geopfert hast Für mich Dankeschön Hier ist sonst nichts mehr Plasterpistole Brauche ich jetzt noch eine Plasterpistole? Ich muss mal kurz überlegen Ja, ich brauche noch weiterhin eine Plasterpistole Obwohl Nö Moment Moment, Moment, Moment War Sind Die da oben sind runtergekommen, oder? Ja Äh Wo haben wir Arschfuß? Arschfuß, Arschfuß Da liegt Arschfuß Genau Das Ding brauche ich jetzt Äh Gauss und Türmchen Ich glaube sogar Raketentürmchen Ich glaube sogar Raketentürmchen Die PIA Emil geht glaube ich unten lang, oder? Ja, der geht unten lang Der kann die da mal schön ablenken Ich räume hier oben von oben aus Auf, auf, auf Viel Spaß im hier Oh Hallo Spartanlaser Da Türmchen Meine ich Türmchen Ja Emil kümmert sich um unten Hey Hast du auf mich geschossen? Das war ein Fehler Du tust nie wieder auf mich schießen So viel ist gewiss Ey Du Arsch Ich muss mich erst mal um Türme kümmern Bevor ich mich um dich kümmer Ja Mein Gott Ah Den Sporten Lasern wir jetzt weg Alter Ich hab den Durchgelasert Hab ich ihn Äh Ah Ist ja noch Was schon Was Ja 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 Moment 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 Ich möchte jetzt nicht die Munition von der Waffe hier verbrauchen Weil ich werde die noch gebrauchen Versteht ihr? Brauchen 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 Feindlicher Ghost Gesichtet Lassen wir sie mal kurz da liegen So Wo haben wir den Ghost? Ich hab hier ne Antifahrzeugwaffe in der Hand Wie wir alle wissen Oh sieh mal da Raketenputzi No No Yo Oh das nächste Ich hab dich schon gesucht Ach du bist Scheiße Zufrieden nachgeladen Ich war mir sicher Dass ich dich töte Ich würde die Borcher wohl nicht meine schöne Nadelgewehrdings gedönst verbrauchen Wo ist das Ding? Oh da ist hier noch einer Hey Ich hab dich gesehen Wisst Wo ist das Ding hin? Yo Junge Fliegt doch nicht vor mir Fliegt doch nicht Das ist ja noch mehr Wieder grad hin Geh weg von den Türmchen Kost ist erledigt Bei der Macht meines Scharfschützengewehres Ach da ist er noch Raketentypi Ich komme und hole euch Alle tot Wunderbar Na der Gewehr Ich komme zurück zu dir Wir müssen weiter Ja ich weiß Ich weiß Ich weiß Der Gewehr hat nicht zufällig noch Munition Ne Kann ich also nicht Hier Transportieren Wo hab ich denn jetzt hingeschmissen? Ah komm Ah komm Unten Hey ich hab dir da was hingeschmissen Wo war das? Wo 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 wo? Da Da kann ich einfach runterspringen So Weiter Programm Ich fühle mich natürlich nicht wohl Wenn das Ding da noch rum steht Ist ein bisschen gefährlich So Was brauchen wir jetzt Los geht's Doch die Orte Kann mir ewig warten Von mir aus Nein Natürlich nicht Kommt da nicht gleich Der Elite Um die Ecke Dann bringe ich ihn zur Strecke Emil Kommst du mal mit ran? Ist der irgendwie Dumm oder so? Der kann mich doch nicht mit denen hier alleine lassen Na wir sind beide erwischt Alter Emil Was Ich dachte da hing jetzt Doch mal ein Sportlaser drin Wo ist denn Emil? Emil du Arsch Ne du bist schon richtig Glaube ich Ne 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 Ich musste ihn schon altmodisch machen Risky Emil Du bist keine Hilfe Uh jetzt kommt er Jetzt geht er rein Jetzt beschäftigt er ihn Ihm Hier hat hinten Abgesicherte Neck ihn ab Okay, 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 okay Ich darf da noch nicht durch die Tür Die geht zu und ich komm da nicht mehr durch Ähm Raketenwerfer So, dann muss ich noch meine Dings holen Ich kann aber kurz die hier auch noch aufladen Sehr schön Lagen da nicht Schrotflinten drin? Habe ich da was? Falsch gesehen? Am besten eigentlich das bei Nadelgewehr möchte ich mir jetzt ungern aus Versehen irgendwie wegwaggen Ähm, ja So, jetzt noch den Raketenwerfer holen Und die Sportenlaser vielleicht sogar noch Ähm, falls ihr euch fragt, warum Jäger Und die sind sehr fies Oh, der liegt sogar noch hier, sehr schön So, Kontrollpunkt Hoffentlich liegen die Waffen jetzt da noch Und sind jetzt nicht despawned Ähm, Mist Moment Ja, wir können Obwohl, nee Nee, 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 nee Liegt hier noch Millikit vielleicht rum Millikit, Millikit, Millikit Äh, nee, 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 nee Nee, leider nicht Sieht schlecht aus Mit Millikit Nee, leider kein Millikit Nee, leider kein Millikit Na gut, der wird schon irgendwie ins Sein Okay Jo, zu Scheiß Waffenschrank Weg da Verdammt Nicht die Munition verbraten Kurz mal weglegen Fuck, 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 fuck Was war das denn? Verfehlt Ich hab verfehlt Die nächsten beiden, bitte Next two guys Nein, er hat mich erwischt Er war zu nah an mir dran Konnten mich dadurch leichter treffen Ach, scheiße Jetzt darf ich ihn nochmal töten Vorsicht vor dem Phantom Leck mich, Arschloch Leck mich Ich bin in Position Da nähert sich ein Phantom Der Phantom weg Noch nicht Okay, okay 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 Ja, aber ich bin ein